Okay. Okay. Die Statistische Lebenserwartung eines männlichen, 1972 geborenen Deutschen beträgt 76,5 Jahre. Der vorliegende Film dauert exakt 76,5 Minuten. Eine Filmminute entspricht also einem Lebensjahr. Ergo endet bei Filmminute 19, sein erstes Viertel. Es bietet sich daher an dieser Stelle an, die Motivation des Films offen zu legen. Ein Filmemacher, 38,5 Jahre alt, ledig, freischaffend, mit einem relativ durchschnittlichen Lebenswandel, erleidet plötzlich eine Schaffens- und Lebenskrise. Genau in der Mitte seiner statistisch erwarteten Lebenszeit scheint sein Leben gleichzeitig zu rasen und stillzustehen. Nichts geht mehr. Ärztliche Diagnose, Chronophobie, Leiden an der vergehenden Zeit. Zur Heilung muss ein Weg gefunden werden, das Vergehen der Zeit zu bremsen. Vielen Dank. Vielen Dank.